Hyper-Boloid-Rühr-Technik Vor mehr als 20 Jahren haben wir mit der Entwicklung und Markteinführung der Hyper-Boloid-Rühr-Technik eine Revolution eingeleitet. Diese haben wir nun mit unserem Hyper-Classic-Rührwerk Evolution 7 zur Vollendung gebracht. Das Hyper-Classic-Rührwerk ist anders, wirkt anders und ist anders aufgebaut als alles, was Sie bislang für solche Anwendungen gesehen haben. Das charakteristische Merkmal des Hyper-Classic-Rührwerkes ist die Hyper-Boloid-Form. Diese Form wurde von den Stromlinien abgeleitet, die entstehen, wenn ein Becken oder ein Rührkessel ideal durchmischt wird. Das führt zu einem Rührkonzept, das einzigartig und besonders energiegünstig ist. Die einzig richtige Position für ein Rührelement ist ohne Zweifel im Bodennähe. Dort müssen Partikel aufgewirbelt und in Schwebe gehalten werden. Je höher die Platzzahl eines Rührwerkes ist, desto gleichmäßiger und sanfter wird die Energie in das Medium eingetragen. Das Hyper-Classic-Rührwerk hat acht strömungsmechanisch optimierte, integrierte Transportrippen, die einen hohen Umweltsvolumen Strom erzeugen. Die hohe Anzahl von Transportrippen führt zu einem ruhigen Lauf und zusammen mit der Form zu einer selbststabilisierenden hydrodynamischen Kraftverteilung. Dadurch können auch lange Wellen ohne Bodenlager gebaut werden. Durch das geschlossene Design, die integrierten Transportrippen und die flanschlose Wellenverbindung ist das Hyper-Classic-Rührwerk völlig verzopfungsfrei. Um ein solches Produkt zu verwirklichen, muss jede Komponente von höchster Qualität sein. Daher verwenden wir ausschließlich über lange Jahre entwickelte, optimierte, qualitätskontrollierte und verlässliche Einzelkomponenten. Jedes einzelne Design-Element des Hyper-Classic-Rührwerks erfüllt eine genau definierte Funktion. Durch das optimale Zusammenspiel dieser aufeinander abgestimmten Design-Elemente, es ist uns gelungen, ein einzigartiges Rührwerk zu schaffen. Das Hyper-Classic-Rührwerk ist bewährt und ist über die letzten 25 Jahre zu einem Industriestandard in der Wasser- und Abwasserreinigung geworden. Es ist essentieller Bestandteil vieler bedeutender Wasser- und Abwasserreinigungsanlagen. Zum Beispiel in Berlin, Wien, Barcelona, Amsterdam, New York, Washington, Tokio, Singapur, Dubai, Katar und Shanghai. Unsere Firmenphilosophie ist, nur mit dem Besten zufrieden zu sein. Das ist oft kein leichter Weg, aber das ist das, was uns ausmacht. Uns und vor allem unsere Produkte. Untertitelung des ZDF, 2020